Von dem brummenden Leben in der Innenstadt bis zur ländlichen Idylle in den Ortsteilen. Detmold ist facettenreich. In die Innenstadt zieht es zunehmend auch die ältere Generation. So wie Franz und Angelika Blank. Zuvor wohnten sie ganz nah am Teutoburger Wald in Berlebeck. Wir sind aus dem Haus, aus unserem Einkommen ausgezogen und unsere Tochter ist mit Familie hier eingezogen. Das war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Wir haben lange überlegt, weil aus der Stadt rausziehen, die Nähe zur Stadt, dass man zu Fuß mal auf den Markt gehen kann, das hat man natürlich in Berlebeck nicht. Und hier stand entgegen eben ein Grundstück, Garten, Ruhe. So ein Riesenhaus war für uns einfach eine Überforderung. Nochmal umbauen hier in diesem Haus, also vielleicht ein Dreifamilienhaus rausmachen, wollten wir auch nicht. Und dann was so Gartenpflege und sowas angeht, das können wir nicht mehr. Der Lütte braucht Platz, ja, und wir nicht mehr. Also mein Mann und ich, wir haben einfach wirklich abgewogen. Also was ist für uns gerade in diesem Moment, an diesem Zeitpunkt in unserem Leben wichtig? Und da hat eben dann letztendlich die Entscheidung Berlebeck gewonnen. Wir haben mehr Grün, sage ich jetzt mal. Wolf kann hier seine Freunde immer zu Fuß erreichen. Franz und Angelika Blank wohnen nun in der Innenstadt, zur Miete. Von 1200 Quadratmeter Grundstück haben sich die beiden auf 100 Quadratmeter verkleinert. Und der Wechsel fiel gar nicht so schwer. Das Leben in der Innenstadt genieße ich. Ich hatte erst gedacht, ich würde meinen Garten vermissen. Aber ich habe einen wunderschönen Balkon, wo ich mich dann immer dran auslasse. In der Stadt hat man Abwechslung, man kann auch mal kurze Wege beschreiten. Und hier musste ich ja immer so berg rauf, berg runter. Und es war im Grunde genommen ja auch kein Geschäft groß hier. Das hat sich ja sehr gewandelt inzwischen. Es gab auch viele junge Familien früher hier und das hat sich sehr gewandelt. Fünf Jahre nach dem Wohnungstausch zeigt sich, das Experiment ist geglückt. Das ist so eine Zeit, die wir hier wohnen, die wir das Ganze genießen und das Ganze nutzen. Wir wissen nicht, ob wir hier alt werden. Wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich werden wir, wenn Wolf groß genug ist, auch wieder in die Stadt gehen. Aber für diesen Moment funktioniert das gut für uns. Das ist keine endgültige Station hier, sondern das ist für uns gerade der passende Moment.